Heute möchte ich euch einmal etwas zu der Fertigkeit kochen erzählen und zwar erkennt man die hier an dem Topf und auch wenn wir hier draufklicken können wir natürlich sehen was bei welcher Stufe freigeschaltet wird und um diese Fertigkeit aufzustufen müssen wir natürlich kochen und es gibt zwei Möglichkeiten entweder wir kochen an einem Herd oder wir kochen über einem Lagerfeuer und für das Lagerfeuer brauchen wir natürlich Scheite und dafür befellen wir einfach einen Baum und dann können wir hier auf die Scheite im Inventar mit rechts draufklicken und auf anzünden klicken so und jetzt wo das Feuer brennt können wir das benutzen zum kochen und zwar können wir zum Beispiel einfach den rohen Flusskrebs auswählen mit der linken Maustaste und auf das Feuer klicken und schon öffnet sich das Kochmenü und er fragt uns ob wir jetzt die Flusskrebs kochen wollen ja das wollen wir also klicken wir einfach auf kochen und er beginnt jetzt einfach hier die ganzen Flusskrebs zu kochen und wir sehen dass wir die EP dafür erhalten hier oben und genau wir haben jetzt hier elf Stück und er kocht die jetzt einen nach dem anderen zwischendurch verbrennen natürlich auch welche die kann man dann einfach entsorgen und hier sind dann die gekochten genau und jetzt haben wir jetzt zum Beispiel auch gerade einen Stufenaufstieg im kochen und genau ja auf diese Art und Weise funktioniert das und wie gesagt ihr könnt das auch an einem Herd machen die findet man in verschiedenen Häusern und da funktioniert das ganz genauso und da verbrennt natürlich weniger als über dem Lagerfeuer